Hallo Leute, ab heute, dem 12.05. gibt es vier weitere Mega-Steine ab sofort per Passwort-Verteilung. Und zwar handelt es sich hierbei um den Taubos-Need, Stahlos-Need, Skarabor-Need und Hundemon-Need. Ihr müsst dann ins Geheimgeschehen gehen und dann den Code Azul, A-Z-U-L, eingeben. Dann bekommt ihr die vier Steine direkt von dem Lieferanten im Pokémon Center. So, der Taubos-Need und Stahlos-Need waren, wie steht zuvor, nur für die Teilnehmer des PGL-Turniers Region Radau, Kanto und Alola verfügbar. Ab jetzt kann jeder diese Steine bekommen. So, und hier steht noch was Interessantes. So soll im Juni ein Passwort für die Mega-Steine Gewaldroneed, Logogneed und Sumpex-Need geben. Das heißt, wer nicht an dem Herausforderungsturnier April 2017 teilnehmen konnte, kann die dann in einem Monat wahrscheinlich downloaden. Ja, das war's für dieses Mal. Also, wie gesagt, gebt den Code Azul, A-Z-U-L ein, dann bekommt ihr vier weitere Mega-Steine. Und in einem Monat gibt es dann den Gewaldroneed, Logogneed und Sumpex-Need. Also, bis dahin und ciao.